Ich bin Quenka Stöhr und ich bin Filmemacherin und Historikerin und habe eben 1990 mit zwei anderen Historikern zusammen den Film gemacht, Stumpfe Sense, Schafer Stahl, Bauernindustrie und Nationalsozialismus. Und zwar thematisch natürlich nicht nur über diese Landvolkbewegung, sondern es ging uns schon um die Entstehungsbedingungen des Faschismus auf dem Lande. Es war ja was Verständliches dabei. Es wurde ja immer schlechter und immer schlechter und dann kamen die Zwangsversteigerungen. Wenn sie es nicht bezahlen konnten, wurde ja so ein Kuckuck angeklebt. Und wenn die Zwangsversteigerungen losgingen, dann haben die Bauern sich untereinander vorher abgesprochen und dann gingen sie hin und sorgten dafür, dass nichts von Zwangsversteigerungen kam. Es bot keiner. Es wurde nichts geboten. Nur ab und an, wenn da mal einer zwischen war, dann hatte der aber nachher es nicht gut. War es dann eben 28, im Februar war das, versammelten sich dann die Bauern alle. Und da war die erste große Landvolkversammlung mit ungefähr 140.000 Bauern überall in Tönning, in Heide, überall in den Kreisstädten. Aber dennoch muss man einfach konstatieren, die Ecke, aus der sie kam, das war nicht unsere Ecke und das hat auch was zur Entstehung oder zumindest, sie sind dann letztendlich zur Schwungmasse der Nationalsozialisten hier auf dem Lande geworden. Und das kann man ja nicht abstreiten. Deswegen ist es ja jetzt auch so umstritten, dass sie die Fahne wieder rausholen, weil man eben sich nicht nur auf diese Widerständigkeit berufen kann, sondern man weiß ja, wohin das geführt hat oder auch aus welcher Ecke das kommt. Und dann ist es eben, kann man sich darauf nicht berufen. Ach, mit Frau Hamkins war das eigentlich wunderbar. Eine ganz tolle alte Dame, ganz lebendig, mit blitzenden Augen. Und die mit blitzenden Augen als über 80-Jährige, ich weiß nicht, ich glaube, sie war 87 oder so, als wir mit ihr gedreht haben. Also die mit blitzenden Augen nochmal von der Widerständigkeit und den Widerstandsformen, wo sie auch überall dabei war mit ihrem Mann zusammen. Und ihr Mann ist ja auch ins Gefängnis gegangen und so weiter, weil er ja immer zu Steuerstreiks aufgerufen hat. Nein, also die fanden wir absolut sympathisch und nett. Aber uns blieb dann auch unsere Sympathie im Moment im Halse stecken oder auch ein bisschen länger, als sie dann gesagt hat. Aber es waren ja auch die Juden. Also als sie nochmal, als ich sie gefragt habe, ja, es gab ja Flugblätter, die waren durchaus antisemitisch oder auch ihr Mann hat Reden gehalten. Und dann hat sie gesagt, ja, wieso? Es war doch so. Wir wussten das natürlich. Aber dass sie das so viele Jahre später mit dem Abstand und mit dem Wissen über die Geschichte immer noch so sagt. Das fand ich dann schon also erstaunlich oder auch empörend, klar. Auf Pep Bergmann sind wir gekommen, weil uns das auch interessierte eigentlich, wie die Situation in den Städten war und wie eigentlich linke Organisationen und er war in der KPD-Opposition, wie die diese Bauernrevolte wahrgenommen haben. Und er war junger Mann zu der Zeit in Berlin und er hat eigentlich ein bisschen geschildert, wie die Situation in Berlin war. Aber er hat damals eben auch mitgekriegt, was auf dem Lande los war und sie hatten eigentlich, sagte er zunächst, auch Hoffnung darauf, dass sie sich vielleicht verbünden könnten irgendwie mit der Landwirtschaft. Das verfolgt hat man das. Natürlich hat man es gewusst. Hat auch Hoffnung drauf gesetzt. Irgendwo, dass die sich irgendwie so vereinigen würden mit uns in den Städten oder was. Natürlich hat man das gehofft. Aber dann wurde, war es dann doch klar, dass die Bauern, so wie er sagte, auf der anderen Seite stehen. Das, denke ich, ist ja auch der Film, was der Film dann letztendlich zeigt, wie die Interessen oder wie die, ja wie die Bauern eigentlich benutzt wurden. Andererseits konnte die Industrie die weitgehenden Umgestaltungen der Wirtschaft gegen die rebellierenden Bauern und gegen eine starke Arbeiterbewegung alleine nicht durchsetzen. Eine Chance, den industriellen Planungen die nötige Massenbasis zu verschaffen, bot in dieser Situation die NSDAP. Da erscheinen die Leute von der Partei bei mir und sagen, Petersen, sind Sie bereit für uns als Redner, als agrarpolitischer Redner aufzutreten. Sie sind hinreichend als solche ausgewiesen durch Ihre Tätigkeit in der Landvolkbewegung. Also wir können ohne weiteres Ihre Forderung, die Sie in der Landvolkbewegung vertreten haben, auch von der Partei aus übernehmen. Oder die Interessen der Bauern benutzt wurden und Sie das eigentlich gar nicht bemerkt haben. Und dass die NSDAP dann auch die Politik umgesetzt hat, also zum Teil umgesetzt hat, die andere gewollt haben, dass sie sie umsetzen. Und das ist eben die Geschichte von Alfred Sohn-Rädel, der eben selber in dieser Organisation der Industrie war, als Vordenker und das mitbekommen hat und dann ja später dieses Buch geschrieben hat, Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus und eben darauf hingewiesen hat. Und auf den waren wir eben gekommen und deswegen ist er auch in dem Film. Also sie hatten eigentlich mit den Arbeitern in dem Sinne weder ideologisch noch tatsächlich etwas zu tun. Und die Landarbeiter, die jetzt auf den Gütern gearbeitet hatten, die waren in der KPD teilweise und waren da organisiert. Aber die Bauern, die fühlten sich eben nicht den Arbeitern nahe. Oder die haben sich auch nicht solidarisiert mit den Arbeitern, obwohl es interessant war, dass nämlich im Dritten Reich dann tatsächlich oder im sogenannten Dritten Reich, muss man ja sagen, dass da dann die aufgrund von Erbhofgesetzgebung es so war, dass die Höfe nicht mehr geteilt werden konnten. Das heißt, bestimmte Erben gingen leer aus und die sind dann in die Städte gegangen, weil sie da besser verdienen konnten. Und die sind ja natürlich zum Teil dann dort auch Arbeiter geworden. Also das ist ja so gewesen, dass hier in Schleswig-Holstein vor einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr Bauern, also 350 bis 400 Bauern mit ihren Treckern diese Fahne der Landvolkbewegung in der Nacht nachgebildet haben und das mit Drohnen aufgenommen haben und das viral gesendet haben sozusagen. Und das ging dann eben viral, das haben wahnsinnig viele gesehen und das führte aber sofort zu Protesten. Also es führte sofort, also es führte eigentlich zum Eklat, dass wahnsinnig viele dann gesagt haben, das geht nicht, ihr könnt nicht diese alte Fahne rausholen, das ist ein rechtes Symbol und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser öffentlichen Aufmerksamkeit ist dann auch jemand an mich herangetreten, der sich erinnerte, dass es diesen Film gibt, der ja nun schon 30 Jahre alt ist, stumpfe Sense, scharfer Stahl, der sich ja genau mit dieser Landvolkbewegung auseinandersetzt. Und ja, und hat mich dann angesprochen und hat eben eine Veranstaltung in Husum organisiert und im Kino und dann hat die Husumer Nachrichten tatsächlich eine ganzseitige Besprechung des Filmes gemacht und nachdem der Termin dann klar war, war der Film innerhalb von einem Tag ausverkauft. Und es waren aber auch interessierte Bauern und alle möglichen. Der Sohn von Frau Hamkins war auch da. Fand ich sehr schön. Und es war dann wirklich auch eine tolle Diskussion. Ja, und was ich eben interessant finde, als wir damals den Film machten, tauchte die Fahne auch immer mal auf Demonstrationen auf, auch bundesweit. Und es fand aber eigentlich nie Beachtung. Und das finde ich eigentlich, da hat sich gesellschaftlich was verändert, dass es eben mittlerweile dann klar ist, dass es Leute gibt, die reagieren und sagen, so geht das gar nicht. Und dass es darüber eigentlich auch eine, ja, in bestimmten Kreisen dann doch einen Konsens gibt. Und das war damals nicht.